Plötzlich fängt das Jodeln an und dann fliegen sie durch den Himmel und dann sind sie auf dieser Wiese und ihre Oma kommt mit einem Gummiband. Ich kann schon verstehen, dass manche Leute sagen, ich verliere mich in diesem Film, weil what the fuck passiert. Also die Szene ist toll, aber what the fuck, was passiert da? Okay, dann fangen wir von Anfang an. Ich möchte, dass du ganz tief in deiner Psyche kramst und rausfindest, wenn du delusional wärst, wenn du irgendwas hättest, wo du sagen würdest, das würde meine Psyche hervorkramen, um mich zu retten. Was würdest du dir vorstellen, was du wärst? Ich habe die Frage, glaube ich, nicht verstanden. Das war ein Dreher zu viel. Wenn ich verrückt wäre und eine Einbildung hätte, wie würde diese Einbildung aussehen? Ja, ungefähr sowas. Okay, ich glaube, ich würde mich dafür entscheiden, zu glauben, dass ich ein Charakter aus einem Rollenspiel bin. Also beziehungsweise eine Figur, die in einer Rollenspielwelt lebt und würde alles so fantastisch mittelalterlich angehaucht sehen. Das heißt, jedes Mal, wenn du in einen Raum kommst, wirst du erstmal nach Fallen suchen, ja? Zum Beispiel, genau. Und nach Schätzen natürlich auch. Man muss ja beides machen. Und ich würde, wenn ich irgendwas erfolgreich gemacht habe, sagen, ja, jetzt kann ich das steigern. Vielleicht hätte ich auch einen Würfel die ganze Zeit mit und würde ständig würfeln. Also wenn ich irgendwas machen muss, würde ich halt irgendwelche Würfelproben machen. Aber ich muss die Frage jetzt natürlich an dich zurückschmeißen. Warum habe ich das nicht geahnt, dass das ein Bumerang wird? Ich glaube, ich wäre Chaplin. Natürlich, was sonst? Ich glaube, mein Kopf würde sagen, du lebst in einer Slapstick-Komödie und es ist einfach nur alles lustig und keine Gewalt hat irgendwelche Konsequenzen. Wir reden heute über I'm a Cyborg, but that's okay, aus dem Jahr 2006, den Johannes vorgeschlagen hat. Ja. Unser zweiter Park-Schan-Wook-Film. Ja, und der erste könnte nicht anderer sein als dieser Film. Wir haben vor ewigen Zeiten in einem unserer ersten Episoden über Oldboy gesprochen. Und ich glaube, trotz der Gewalt und trotz der düsteren Grundstimmung konntest du Oldboy einiges abgewinnen. Das war mein Vorschlag damals. Durchaus. Ich hatte natürlich Punkte, wo ich gedacht habe, ah, muss ich das sehen? Oh, okay, das rüttelt ganz schön an mir als Zuschauer. Ich bin ganz schön reingezogen und es tut vieles weh. Jetzt war Oldboy ja Teil einer Trilogie, einer inoffiziellen Trilogie, die Park-Schan-Wook 2002 mit Sympathy for Mr. Wengeance angefangen hat und 2005 mit Lady Wengeance beendet hat. Und ungefähr zu diesem Zeitpunkt, vor allem dank Oldboy, war er der heißeste koreanische Exportschlager in der Filmwelt. Die haben sich alle um ihn gerissen. Die waren auch alle total neugierig. Was macht er als nächstes? Wann wird er mal anfangen, Filme in Hollywood zu produzieren? Was er dann auch später gemacht hat, also zumindest in Amerika. Wann wird er endlich seine Tochter endgültig alleine lassen und nie wieder nach Hause kommen? Was können wir von diesem Mann Großartiges erwarten? Und der Mann, der davor eben viele Thriller gedreht hat, auch schon vor Oldboy, vor seinem großen Durchbruch, hat dann gesagt, nö, ich muss jetzt einen Film für meine Tochter machen. Ich mache einen Film für eine Zwölfjährige. Ich weiß nicht genau, ob er wirklich einen Film für Zwölfjährige gemacht hat. Also beziehungsweise, ich weiß es schon, er hat es nicht getan. Wir wissen nicht, wie seine Tochter drauf ist. Vielleicht ist sie eine Zwölfjährige, die auf genau so einen Scheiß abfährt. Wenn du diesen Menschen, Park, als Vater hast, natürlich bist du so drauf. Ich kann mir das voll vorstellen. Auf jeden Fall. Aber auch wenn der Film an und für sich jetzt nicht unbedingt für eine Zwölfjährige gemacht ist, hat er doch so Züge von was Kindlichem. Also man merkt irgendwie dieses Kindliche Verspielte im Hintergrund, das auch immer wieder nachher vortritt, obwohl es auch, es ist ein Liebesfilm und trotzdem gibt es die Szenen, für die Park Chan-wook bekannt ist, nämlich ziemlich brutale Szenen. Es gibt ein sehr zentrales Gemetzel, in dem wirklich erstaunlich lange einfach mal KrankenpflegerInnen und ÄrztInnen niedergeballert werden. Weißt du was? Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass selbst, wenn Kinder nicht so drauf sind, wie sie oder vielleicht wie dein Kind, das könnte ich mir nicht auch vorstellen, dass dir das ganz problemlos wegsteckt, dass Kinder da in dieser Art der Inszenierung durchaus okay damit sind, mit diesen Szenen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Kinder in vielen Momenten oder aufs Ganze betrachtet mit der Art der Inszenierung deutlich besser klarkommen als Erwachsene. Ja. Der Film war ja, es ist nicht so gut angekommen bei Pressevorführungen und vor allem die Amerikaner waren irgendwie so meh. Aber liegt das nur daran, dass er andere Sachen vorher gemacht hat oder ist das wirklich dem Film zu schulden? Ich bin mir so unsicher. Die wollten allen Tarantino sehen. Ja. Nach Oldboy war Park Chan-wook der neue Tarantino und I'm a Cyborg, but that's okay, ist ganz weit weg von dem, was Tarantino gemacht hat und was so diese coolen Filme der 90er und 2000er Jahre ausgemacht haben, weil er ist einfach quietschbunt, er ist naiv, er ist kindlich, er hat überhaupt keine Coolness, also vielleicht ein bisschen, der Rain, der bringt vielleicht so ein bisschen Coolness rein, der koreanische Popsänger, der den Ilson Park spielt, aber ansonsten hat der Film wenig Coolness und ist einfach schräg und ich glaube, was er hat, womit Kinder besser klarkommen als Erwachsene, ist diese absolute Kohärenzlosigkeit, dieses permanente Rumspringen zwischen Erlebnissen, zwischen Geschichten, auch zwischen Figuren, weil ständig eine andere Figur im Mittelpunkt steht und auch ständig eine andere Perspektive im Mittelpunkt steht, sodass die wirklich schwindelig wird und ich glaube, Kinder kommen mit sowas besser klar, weil Kinder auch so ticken. Das ist interessant, ich habe nämlich in der Recherche ganz viele Leute entdeckt, die gesagt haben, um Gottes willen, ich kann nichts damit anfangen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin und was das alles soll und ich habe die Hälfte des Films nicht verstanden und die andere Hälfte wollte ich nicht mehr verstehen. Ich als Zuschauer komme voll gut mit, vielleicht bin ich das Kind, was du ansprichst, ich weiß es nicht, aber ich fühle mich da total gut aufgehoben und durchgeführt. Aus irgendwelchen komischen Gründen geht das voll gegen das, was ich die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten lese. Wie kann das sein? Ich glaube, es ist weniger ein Verständnis-Ding, weil der Film ist ja echt geschwätzig, also es wird sehr viel erzählt und es wird auch sehr viel erklärt und aus verschiedenen Perspektiven, sodass es ziemlich schnell möglich ist, sich so ein umfassendes Bild zu machen. Was allerdings merkwürdig ist und das ist auch wirklich eine schräge Mischung, finde ich, zum einen so ein bisschen dieses Slow-Pacing, das man aus dem jahrlichen Kino kennt, einfach weil wenig passiert und dann gleichzeitig aber diese Hektik, diese bedingungslose Hektik, die die ganze Zeit im Raum ist, weil wir ständig irgendwelchen Leuten durch die Gänge dieser quietschbunten Anstalt folgen, die wirklich nicht so aussieht, wie eine Psychiatrie aussieht und dann aber ständig hin- und hergerissen werden. Es wurde in einer geschlossenen Abteilung gedreht. Ja, aber eine Psychiatrie ist nicht so bunt, das ist ja eher, also diese Möbel, die da stehen und es wirkt auch alles so merkwürdig dimensioniert und dann steht mal so eine riesige Wanduhr irgendwo in der Ecke und das sind so bunte Sessel. Ich finde, das hatte wirklich so ein bisschen was von einer Kita eigentlich, also diese übertriebenen Möbel und diese bunten Farben und dann hüpfen ja auch die Insassen, hüpfen ja auch alle so ein bisschen rum wie Leute, wie Kinder, wie Kinder in der Kita, die irgendwie spielen und sich irgendwie miteinander beschäftigen und mal streiten und so weiter. Keine Sorge, wir werden noch erzählen, worum es im Film geht, aber ich muss kurz auf den Kita-Gedanken noch eingehen. Ich finde es großartig, weil nämlich Park selbst auch gesagt hat, dass Toy Story irgendwie auch eine kleine Inspiration war. Nämlich der Gedanke, was passiert in dieser Abteilung, wenn die ganzen Patienten quasi allein sind, also wie Spielfiguren zum Leben erweckt werden, die dann ohne Aufsicht lebendig Zeug miteinander machen und sobald irgendwie Aufsicht da ist, passiert das Wesentliche eigentlich gar nicht. Und das wollte er gerne zeigen, was passiert, wenn die Aufsicht nicht da ist und der theoretische Bau einer geschlossenen Abteilung ohne Aufsicht. Das fand ich total spannend. Ja, und das zieht er ja wirklich konsequent durch. Wir sind hier im Innenleben einer Psychiatrie und vor allem auch im Innenleben der Insassen dieser Psychiatrie, vor allem von zwei Protagonisten, die im Mittelpunkt stehen und zwar zum einen Yangun, die sich für einen Cyborg hält, ohne dass das die, die sie behandeln wissen, glauben nämlich einfach, sie hätte versucht, sich umzubringen, was aber dazu führt, dass sie zum einen sagt, sie kann keine Nahrung zu sich nehmen, weil sie natürlich Elektrizität braucht, um eine AG zu kriegen. Ja, sie leckt ständig an irgendwelchen Batterien. Genau, und es ist nicht das, was ihr gegeben wird. Und zum anderen verarbeitet sie damit offensichtlich ein Trauma, das sie hat, weil ihre Großmutter Die hat sich für eine Ratte gehalten. Die hat sich für eine Ratte gehalten und die wurde irgendwann abgeholt von den Männern in den weißen Kippeln. Das sind auch so ihre Feinde. Und sie hat es nicht geschafft, sie zu retten. Sie ist ja hinterhergefahren mit dem Fahrrad und dann hat das Fahrrad gesagt, ey, natürlich kannst du das gerade nicht, deine Batterie ist leer, du musst dich aufladen. Nein, nein, das Fahrrad hat gesagt, natürlich hat ein Fahrrad keine Chance gegen einen Krankenwagen. Ein Cyborg schon. Und in dem Moment wird irgendwie geboren, dass sie die Idee hat, okay, ich bin ein Cyborg, damit ich irgendeine Chance gegen diese Weißkittel habe. Aber keine Energie, ich muss irgendwie an Energie kommen, ich muss mich irgendwie aufladen. Und die Geschichte dreht sich darum, dass sie neu ist in dieser Psychiatrie. Und ein Mitpatient, nämlich Park Ilson, der eine unglaublich niedliche Störung hat, nämlich eine Art von Kleptomanie, die aber eine besondere Kleptomanie ist. Er stiehlt nämlich nicht einfach nur Gegenstände, sondern er stiehlt Eigenschaften, er stiehlt Wochentage. Wochentage, den Donnerstag zum Beispiel. Eigentlich hat er nur ein Höschen geklaut, sind wir ehrlich. Er stiehlt Gefühle, auf jeden Fall ist er ein notorischer Dieb und alle wissen, dass er alles geklaut hat. Das heißt, wenn irgendwas verloren geht, dann ist er verantwortlich. Und woraufhin er sich dann öfter mal hinter eine große Hasenmaske zurückzieht. Der wird aufmerksam auf sie und es entwickelt sich zwischen den beiden eine Liebesgeschichte. Das ist eigentlich so das große Ganze, was in diesem Film passiert. Und es geht darum, wie Park Ilson versucht, zum einen Yangun aus ihrer selbst auferlegten Magersucht zu befreien. Und zum anderen geht es aber auch darum, wie er gleichzeitig den Verlust seiner Mutter verarbeitet. Der als Hauptgrund erzählt wird, warum er so ist, wie er ist. Und drumherum haben wir ein wirklich buntes Potpuri an Insassen dieser Psychiatrie, die die unterschiedlichsten Störungen haben. Und es sind fast alles so irgendwie, was so in dem Bereich Schizophrenie waren, Vorstellungen. Ja, genau. Und es ist eine interessanter als die andere. Aber auch eine unrealistischere. Und eine auch unrealistischer als die andere. Wir werden auf jeden Fall über Realismus in der Darstellung von Psychiatrie reden müssen. Und wie du schon gesagt hast, so der Kern ist, was passiert, wenn sich nicht um die Leute gekümmert wird. Weil um die Leute wird sich meistens nicht gekümmert. Nein. Wir haben hier eine Psychiatrie, die nicht dargestellt wird durch, was ja oft gemacht wurde in der Filmgeschichte, dass es diese große Autoritätsfigur gibt. Vor allem bei einer Flug über das Kuckucksnest. Die alles unterbutt hat. Und die bösen Ärzte, denen die Patienten eigentlich egal sind, die nur ruhig stellen wollen. Das haben wir nicht. Die Ärztinnen und Ärzte, die da rumlaufen, versuchen irgendwie so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Machen auch ein paar Behandlungsmaßnahmen. Aber tatsächlich sind die Patientinnen meistens sich selbst überlassen. Und die Behandlungen spielen auch in dem, was wir in dem Film sehen, nur eine sehr untergeordnete Rolle. Also abgesehen von ein paar Gruppentherapiesitzungen und von der Elektrokonvulsionstherapie. Ach so, okay. Zu der ich noch ein bisschen was recherchiert habe, weil ich das ganz spannend finde, weil es ein wirklich interessantes Thema ist. Es wird wenig gezeigt, was es an Behandlungen gibt. Und stattdessen wird halt einfach dieses quietschbunte Treiben gezeigt. Mal aus der, viel, viel, viel aus der Perspektive von Yangun, aber auch mal aus der Perspektive von ihrer Mutter. Mal aus der Perspektive von Ilson Park. Mal aus der Perspektive von einer Ärztin, die plötzlich anfängt darüber zu reden, was sie macht und was sie vermutet, was bei Yangun nicht stimmt. Und es gibt ein sehr munteres Perspektivengespringer und man weiß nie so genau, in wessen Wahnvorstellungen sind wir denn jetzt gerade. Es ist wirklich toll, vor allem, weil wir nicht das haben, was oft in solchen Filmen gemacht hat, wo irgendwelche Wahnvorstellungen die große Rolle spielen. Dass wir immer wieder den großen Kontrast haben zwischen, wir sehen die Wahnvorstellungen und dann gehen wir raus aus der Perspektive der Wahnvorstellungen und sehen, wie jemand im leeren Nichts steht und in der Gegend rumschießt. Das sehen wir gar nicht so oft. Wir haben ganz oft wirklich ihre Perspektive und ihre Wahrheit und es wird uns nicht unbedingt gesagt, wie es wirklich ist. Was wirklich geil ist und das finde ich, das ist ein ganz wichtiges Thema von dem Film. Richtig zu Teplor. Oh ja, bitte, sehr gerne, danke. Das ist ganz wichtig für das Hauptthema des Films, wie umgegangen wird mit diesen Wahnvorstellungen und wie die Wahnvorstellungen übergehen in andere Perspektiven. Wir haben nämlich ganz oft Momente, wo andere Personen ihre Wahnvorstellungen adaptieren. Also vor allem die Liebesgeschichte zwischen Ilson Park und Yangun wird eben auch dadurch erzählt, dass er weiß, dass sie eine Wahnvorstellung hat. Weil er denkt sich eine ganz, die kommt etwas später, eine ganz, ganz abstruse Behandlungsmethode aus, um ihr zu helfen, dass sie jetzt endlich wieder anfangen kann zu essen. Aber wir sehen nicht nur, wie er ihr was vorspielt dabei, sondern auch so ein bisschen ihre Wahnvorstellungen übernimmt. Wie er sie sieht als Maschine, als Cyborg, wie sie sich vorstellt. Und das haben wir ganz viel in diesem Film, dass Wahnvorstellungen weitergegeben werden an andere. Und in diesem geschützten Raum, in diesem Safe Space, hat jeder die Möglichkeit, seinen Wahn auszuleben und gleichzeitig seinen Wahn an andere zu übergeben. Alle wissen, Ilson Park ist ein Dieb, weil das sein Wahn ist und alle akzeptieren das und nehmen das hin. Und dann gibt es eben den Choleriker, der sich furchtbar darüber aufregt, dass seine Tischtennis-Anspielmethode von Ilson Park gestohlen wurde. Also er hat seine Wahnvorstellungen übernommen. Er akzeptiert die und baut die in sein Narrativ mit ein. Obwohl ich oft das Gefühl habe, dass allen irgendwie subconscious klar ist, dass jeder andere ja eine Wahnvorstellung hat. Ja, sie reden auch ganz viel drüber, ne? Also es ist sozusagen nicht so, dass das nur 100% in die Realität übergeht, sondern sie haben irgendeine dritte Ebene drin, in denen das allen eigentlich irgendwie klar ist. Das finde ich schon gut auch. Auf jeden Fall ist viel reflektiert. Gerade Ilson Park macht das ja ganz viel, dass er auch die Leute vorstellt oder auch die ganz am Anfang. Wir werden eingeführt in die Psychiatrie, nicht durch eine Ärztin, sondern durch die Frau, die Mythomanie hat. Das heißt, wir werden erstmal mit dem ganzen Mythomanie, sie muss Lügen erzählen. Sie kann nicht aufhören, Lügen zu erzählen. Sie kriegt dafür auch eine Schocktherapie, die das behandeln soll und hat deswegen Gedächtnisverlust. Und deswegen macht sie es wiederum. Da wird ein Kreisschluss erzählt übrigens. Ja, übrigens. Da musst du dich auch vorsehen. Und ich wusste es nur beim zweiten Gucken schon. Aber ich erinnere mich daran, dass ich gedacht habe, wirklich die ganze Zeit gedacht habe, okay, das ist jetzt die Ärztin, die sie rumführt. Und dann stellt sich das heraus, das ist keine Ärztin, sondern das ist auch Patientin. Und Park macht hier ein Statement, der sagt, glaube das alles nicht. Wir bewegen uns so viel zwischen Realitäten, du kannst dich eigentlich nicht darauf verlassen. Und die purzen mit durcheinander. Wir haben dann ja auch dieses, das Narrativ von Yanguns Mutter, die weiß, dass Yangun sich für einen Cyborg hält. Die weiß, was in ihrem Kopf vorgeht, weil sie sie erzählt hat, aber die zu Yangun gesagt hat. Halt das geheim. Halt das geheim, sag das nicht, sonst wirst du für verrückt gehalten. Ja, aber sie geht auch nicht dagegen. Sie sagt auch nicht, du bist kein Cyborg. Genau. Sie will ihre Ruhe haben. Und es ist ja wirklich so auf letzte Sekunde, dass Yangun dann eingewiesen wird, weil sie hätte sich ja wirklich fast umgebracht mit diesen Elektroschocks, die sie sich verpasst hat, um sich aufzuladen. Und das wären wichtige Informationen für die Ärztin, mit der sie redet, dass sie dann mal sagt, ey, pass auf, ich weiß, warum die das gemacht hat. Oder ich kann es mir vorstellen, die hält sich für einen Cyborg. Das ist vielleicht ein Ansatz, wo man behandeln könnte. Aber genau, wir werden quasi eingeführt von dieser Perspektive der Mutter, die aber auch nicht ganz die Wahrheit sagt. Und sehen gleichzeitig, während die Mutter erzählt aus dem Off, wie Yangun die Realität wahrnimmt. Nämlich, dass sie halt diese typischen Cyborg-Trademarks hat, dass sie eigentlich einen Körper hat, der reagiert auf Elektrizität. Dass sie sich unterhalten kann mit einem Getränkeautomaten. Und da ist es ja eigentlich schon passiert. Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Du weißt, hier fliegen Wahrnehmungen durcheinander und du musst dir ja gar keine Realität aussuchen, weil es gar keine richtige Realität mehr gibt. So wie du es jetzt formulierst, ahne ich ein bisschen, warum manche Leute im Internet sagen, dass sie den Film nicht verstehen. Aber auch nur, weil du es jetzt so verwirrend erzählst, oder? Ich weiß nicht, der Film zieht einen doch ganz gut mit. Oder hast du das Gefühl, dass man da wirklich nicht wissen kann, wo man ist? Also ich lasse mich da total gerne reinfallen. Und es ist chaotisch und es ist auch ein bisschen hektisch, aber es ist ja auch gleichzeitig unglaublich lebendig. Das ist ja auch ein Film, der, obwohl er so sehr düstere, harte Themen hat. Ich meine, es geht um Selbstmord. Selbstmord, es geht um irgendwie so eine Art von, es ist nicht magersucht, aber es geht um jemanden, der sich zu Tode hungert. Ja. Es geht um Leute, die wirklich schwere psychische Erkrankungen haben und die komplett aus der Gesellschaft rausgefallen sind und irgendwie versuchen, ihren Platz oder ihren Sinn im Leben zu finden. Aber er zählt wie das Ganze ja bunt und lebendig und quietschig und auch bis zur Naivität hin kitschig und albern. Aber man muss schon sagen, um dem so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, der sagt, das ist aber keine realistische Darstellung und so. Es geht ihm ganz offensichtlich nicht darum, eine realistische Darstellung von einer psychiatrischen Abteilung zu bringen. Hoffen wir es. Also, ja, ich glaube, er hat es auch gesagt so eindeutig, dass er das nicht wollte. Es geht nicht um ein medizinisches Dokudrama, sondern es ist eher so eine Fabel vom Gefühl her. Ja, würde ich auch sagen. Und die Wahnvorstellungen, die wir haben, sind ja auch bis zum Grotesken hin übersteigert. Also es gibt ja harte Schizophrenie mit Wahnvorstellungen, mit Halluzinationen, wo sowas auch eine Rolle spielt. Aber wie es hier erzählt wird, das ist einfach, das ist eine Fantastereienversion davon. Ja, ja, ja. Es ist auch immer, die Geschichte ist wichtiger als die Diagnose. Ja. Also die einzelne Geschichte. Die Geschichte von jedem Einzelnen ist viel wichtiger als die Diagnose, die ihm eventuell gestellt werden könnte. Und nicht ohne Grund ist es auch wirklich, haben wir nur ganz wenige Momente, wo diagnostiziert wird. Wenn mal eine Ärztin zum Arzt sagt, ich habe keine Ahnung, was mit dir los ist, aber sie ist nicht. Und ich versuche das rauszufinden, versuche an sie ranzukommen. Und in dieser Diagnose wissen wir deutlich weniger als das, was die Mitpatienten von Yangun mitkriegen. Die sehen nämlich, dass sie sich für einen Cyborg hält. Die Ärzte und Ärztinnen sind die, die da im Unklaren sind. Mal zur Ergänzung, trotz all dieser Fabel-Ebene, die da drin steckt. Also der Regisseur verzichtet nicht vollkommen darauf, eine Psychologie hinterzusetzen. Er bringt schon ordentliche Erklärungen für ihren Cyborg-Gedanken und was da alles so drin steckt. Es wird schon auch gesagt, es wird sogar ziemlich deutlich ausgesprochen, was sie alles für sich als Motivation hat. Sie hat diese sieben Todsünden, die sie loswerden muss, damit sie dann die Weißkittel umbringen kann, damit sie ihre Oma wieder kriegt. Solche Sachen. Das ist schon ein sehr deutlicher Pfad, der da psychologisch nachgezogen wird. Es wird halt nicht so wirklich pathologisiert, ne? Also es wird nicht, sie kriegt auf jeden Fall eine Motivation und es wird auch klar, warum sie sich für einen Cyborg hält. Ja. Aber es ist nicht Teil von einer Pathologie, sondern Teil von einer Motivationsgeschichte. Ja, was ich aber auch stärker finde noch, weil du dann wieder auf der Ebene des Menschlichen bist und nicht des Pathologisierten. Ja. Weil du dann auch dich viel wieder, viel mehr damit identifizieren kannst. Was ja so viel auch gesagt wird von, also es gibt ja viele Leute, die dann sagen, man kann sich so schlecht mit den Figuren identifizieren, was ich auch wieder nicht finde. Also ich konnte mich mit keiner von diesen Figuren identifizieren, aber ich finde auch Identifikation wird vollkommen überschätzt bei Filmen. Nein, es geht ja um eine emotionale Identifikation. Es geht nicht darum, dass ich mich identifiziere, weil ich das Gefühl habe, okay, ich halte mich auch für einen Cyborg. Das ist ja nicht die Ebene, auf der ich anspiele, sondern es geht ja um die emotionale Motivationsebene. Aber dafür sind die emotionalen Reaktionen doch auch viel zu sehr all over the place, weil wie sie auf Dinge reagieren, wie sie Dinge eine extreme Relevanz geben, die gar keine Relevanz haben und gleichzeitig Dinge, die unfassbar wichtig sind, einfach zur Seite weg schieben, um in ihrer Welt zu bleiben. Das ist ja, da gibt es ja keine Konsistenz im Emotionalen, sondern das ist auch einfach total wild, auch diese Wechsel zwischen fröhlich und traurig, die permanent stattfinden. Aber da sind wir wieder beim Kind. Das sind wir wieder bei meiner Einstellung, verdammt. Auf jeden Fall. Es ist was total Kindliches, wie diese Menschen sich verhalten und wie diese Menschen fühlen und aufeinander reagieren. Deswegen haben die auch ständig Streit, die schreien sich die ganze Zeit an und alles wird groß gemacht und ist egal was. Und dann haben sie ihre Gruppensitzungen, die grundsätzlich irgendwann eskalieren und dann schreit jeder jeden an. Es ist wie in der Kita, vor allem wenn dann dieser eine Typ da sitzt und sich die Hasenmaske überzieht und sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Genauso verhalten sich kleine Kinder in der Kita, wenn es zu solchen Situationen kommt. Aber ich finde es großartig. Ich finde es toll, weil mich das wieder zurückversetzt in ein kindliches Staunen und einfach nur auf einem Prime-Level zugucken, ohne das zu sehr immer zu intellektualisieren. Obwohl ich dem auch natürlich eine intellektualisierte Ebene gebe, weil ich eben auch versuche, Motivationen zu verstehen und so. Was es halt wirklich ganz stark macht, ist, dass es einmal sagt, so, die Ratio hat jetzt Feierabend. Ihr werdet jetzt hier reingeworfen und das ist auch das, was mich so reinwirft da. Ihr werdet hier jetzt reingeworfen. Es gibt keine richtige Realität mehr. Es gibt nur noch Realitäten, die irgendwie miteinander entweder kollidieren oder auch mal kooperieren. Und versuch nicht, dich darin zurechtzufinden, sondern lass das jetzt erstmal einfach auf dich wirken. Du wirst schon sehen, wo das hinläuft. Und es läuft dann ja auch irgendwo hin. Also wir haben ja diese sich ahnbahnende Romanze zwischen Ilson Park und Jong-un. Wir haben diese Entwicklung. Wir wissen, wo sie raus muss, dass sie raus muss aus dieser Essstörung, dass sie irgendwie überlebt. Und wir haben irgendwie was, wo wir hinausfiebern können. Und uns werden auch immer wieder Rätsel auf den Weg gestellt. Wir wollen wissen, was ihre Großmutter zu ihr gesagt hat, als sie den Sinn des Lebens sagen wollte. Aber wollte sie wirklich den Sinn des Lebens sagen? Oder ist das nur etwas, was Jong-un sich dann zusammen reimt? Das spielt halt keine Rolle. Ja, das spielt schon eine Rolle. Also nicht, dass sie das vielleicht sich nur ausdenkt. Aber das Wichtige ist ja für Jong-un anscheinend, dass sie einen Sinn im Leben hat. Deswegen ist sie ja der Cyborg. Weil der Cyborg ja eine gewisse Aufgabe hat. Sie weiß zwar noch nicht, welche Aufgabe. Aber sie sieht darin die Möglichkeit, relativ klare Instruktionen zu erhalten, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Wie sie ihr Leben gestalten soll. Und scheitert sie am Schluss dann da drin? Weil dann wäre es ja eigentlich ziemlich tragisch. Weil diesen Sinn, den sie findet, den kann sie ja nicht erfüllen. Sonst würde sie explodieren. Ja, also natürlich scheitert sie am Ende damit. Aber wir als Zuschauer sind erleichtert, dass sie damit scheitert, weil sie dann nicht explodiert. Ja, zumal sie ja auch irgendwie was gewinnt. Weil sie gewinnt ja tatsächlich zum ersten Mal offensichtlich in ihrem Leben einen echten Freund und jemanden, der sich wirklich Gedanken darüber macht, wie es ihr geht und ihr helfen will. Und auf diesem Weg gibt es dann ja auch. Und das auch wieder. Das sind ja eigentlich nur Visionen. Aber das sind unglaublich niedliche Visionen und die sind so wichtig für diese Liebe. Also wie sie sich vorstellt, wie sie in diesem Jetpack dann ist und vom Boden abhebt, wenn sie sich zum ersten Mal küssen. Das ist einfach total süß. Ja, wirklich. Oder auch diese Operationsszene. Also zum einen, was er sich alles ausgedacht hat, um ihr weiß zu machen, dass er jetzt ihren Rücken operiert, um dieses Teil einzusetzen. Aber dann auch diese zärtliche Inszenierung, die ja fast schon wie so eine Sexszene ist, wenn ihr ja vorsichtig an ihrem Rücken herumdoktort. Sie muss sich auch vorher entkleiden. Und diese halluzinatorischen Romanzen, die die ganze Zeit da reingeworfen werden, die sind unglaublich stimmungsvoll und unglaublich schön. Und ich will die nicht kaputt machen, dadurch zu sagen, ja, das ist ja nur eine Illusion, sondern das muss so stehen bleiben. Ich glaube, die werden dadurch, dass sie eben nicht intellektualisiert begreifbar sind, sondern auf einer emotionalen Ebene begreifbar sein müssen, weil sie eben so traumwandlerisch sind, haben die eine Chance, stärker zu sein beim Gucken, stärker dich emotional anzusprechen. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein. Shit. Ganz schnell, ganz schnell, damit wir zurück zum Besprech können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Also auf Spotify oder Apple oder sowas. iTunes, Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes-at-mussmann-sehen.de oder florian-at-mussmann-sehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das, oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus, schnell wieder zurück ins Gespräch. Was ist denn das für eine merkwürdige Liste von Todsünden? Die sind alle cat-related. Ich liebe es. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre das Erinnerung an irgendein Kinderbuch, das sie mal gelesen hat. Das kann gut sein, ja. Weil es gibt ja diese Bilder dazu auch. Wir haben Mitgefühl, Traurigkeit, Sehnsucht. Ganz wichtig, weil sie die Sehnsucht empfindet, wenn sie in Ilson Park verliebt ist, was ihr das schwerer macht. Das hinauszögern, die sinnlose Tagträumerei, Schuldgefühle und als letztes Dankbarkeit. Und es wird dann auch ganz klar gesagt, die Todsünden sind nach ihrer Wichtigkeit sortiert. Wobei nicht genau gesagt wird, ob mit dem Wichtigsten angefangen oder aufgehört wird. Ich glaube, das sind alles Traits, die man als Kind hat. Ja, auf jeden Fall. Aber auch, die man als Hund hat. Ja, okay. Aber sie war nie ein Hund. Also ich glaube, sie muss aus ihrer Kindheit raus. Sie muss, es ist auch ein bisschen coming of age. Sie sagt sich selbst, ich muss aus all dem raus, wo ich nicht in der Lage war, Oma zu retten. Und das ist ja auch großteils Kindheit. Ich habe das Gefühl, es ist so viel die Moral ihrer Mutter. Also wir lernen ja relativ wenig von ihrer Mutter kennen. Aber die ist ja total, die will ja unbedingt verhindern, dass das Yangun so wird wie die Großmutter. Und die will die ganze Zeit die Ordnung behalten. Sie hat das Restaurant, sie kümmert sich um die Kinder, sie muss irgendwie alles in Ordnung halten. Und dann sind so Sachen wie Tagträumereien, sind total hinderlich. Die sorgen nur für Chaos. Aber auch sowas wie hinauszögern. Wir können uns vorstellen, dass die eine harte Arbeitsmoral hat und auch ihre Tochter von Anfang an angetrieben hat. Das stimmt. Du musst deine Sachen erledigen, damit es weitergeht für dich. Und da haben halt auch so Gefühle wie Dankbarkeit oder auch Schuldgefühle nicht so wirklich Platz darin. Wobei ich mir bei der Mutter vorstellen kann, dass die ihre Kinder zur Dankbarkeit erziehen. Auch in dem Kulturkreis. Zu Höflichkeit vielleicht eher. Ich glaube, der ist Höflichkeit wichtiger als ehrlich empfundene Dankbarkeit oder ehrlich geäußerte Dankbarkeit. Die Mutter hat doch die ganze Zeit dieses, was sollen die Nachbarn denken. Ja, aber kannst du dir nicht vorstellen, so eine Mutter, die sagt, wenn das Kind mal wieder rebelliert, sei gefälligst dankbar für das Dach über dem Kopf, für das Essen, was ich dir auf den Tisch stelle und so weiter. Ja, aber ob es da um ehrliche Dankbarkeit geht, was eingefordert wird. Also wir haben auf jeden Fall das Gefühl, also ich habe das Gefühl, sie muss diese sieben Todsünden nicht überwinden, sondern vielmehr muss sie eigentlich überwinden, dass sie die als Todsünden wahrnimmt. Ja, das am Ende auf jeden Fall. Das stimmt. Aber ihr Objective, das erklärt wird von ihr, ist natürlich diese Todsünden in sich stillzulegen. Natürlich, sonst kann sie die Weißkittel nicht ermorden, weil die Weißkittel können ja auch Großmütter haben und dann hätte man ja Mitleid mit ihnen und dann wären das zu viele Gedanken und dann kann man nicht auf diesen tollen Rachefeldzug gehen, den sie sich zweimal vorstellt. Einmal relativ kurz und einmal richtig, richtig heftig lang. Und auch hier wieder mit ist so ein Park als Teil ihrer Fantasie, der da auch mitmacht, der dann geschockt dasteht, nachdem sie alle niedergeballert hat mit guten Special Effects, finde ich, dafür, dass es Anfang 2000er sind und dafür, dass es ein Low-Budget-Film ist, also drei Millionen hat der ja gekostet, mit Fingerkuppen, die sich öffnen und die dann als Läufe von Pistolen fungieren und einmal wirklich fies in die Menge ballern. Ja, total gut gemacht, also Special Effects mäßig sehr gut gemacht und ich finde, dass die inszenatorisch total gut reinpassen. Ich glaube, dem Film würde viel fehlen, wenn dieser düstere Unterbau nicht wäre, wenn das Thema nicht so ernst drunter wäre, wenn diese Szenen nicht drin wären, die es wirklich teilweise verstörend machen. Ich finde die Kombi total wichtig. Das ist so krass, weil es ist, wir sind Anfang der 2000er Jahre, damals war Amoklauf ja so ein sehr starkes Thema in der westlichen Welt, durch dieses Littleton-Ding, das war irgendwie kurz davor und es war wieder so ein großes Thema, auch diese Killerspiel-Debatte, die da mithing und was sie hier inszenieren, ist ja so dieser Wunsch nach einem Amoklauf. Also sie will genau das machen, sie will einfach wild um sich schießen und dabei einfach mal alles, was irgendwie aus dem Bereich Medizin, Psychiatrie kommt, niederballern, weil die alle schuld daran sind, dass ihre Oma weg musste und das wird auch als so Empowerment erzählt. Sie, auch wenn wir, ja, während des gesamten Films hegen keinen Call gegen die Ärztinnen, die sie behandeln. Gar nicht. Aber in dem Moment hat es natürlich was krass Befreiendes, wenn sie einfach plötzlich ihre Finger ziehen kann und dann zehn Schüsse auf einmal losfeuern und alle, die einen weißen Kittel tragen, werden durchsiebt von Kugeln. Ja, ich finde es total krass, dass man das hinkriegt, die Ärzte nicht als Antagonisten zu erzählen und trotzdem solche Szenen haben zu können, ohne dass wir von ihr wegrücken. Ja. Wir verstehen sie trotzdem noch und wir wollen auch immer noch, dass sie eine Genugtuung bekommt. Wir wollen natürlich nicht, dass sie die wirklich umbringt, aber wir wissen ja in dem Moment, die hat zu viel Mitgefühl, die hat die sieben Todsünden nicht überwunden und das wird sie auch nicht. Ja. Das ist alles, wir freuen uns über ihre Fantasie, die sie in dem Moment für sich ausleben kann, ohne dass es wirklich passiert. Ja. Werden die behandelnden Ärztinnen zu Antagonisten, wenn es zu der Elektroschocktherapie kommt? Irgendwie nicht so richtig dolle, aber ich glaube, wir haben ein Gefühl für diese Elektroschocktherapie durch einer Flug über das Kuckusnetz und so weiter, wo man diese Therapieform antagonisiert. Jingle. Klugscheißen mit Plur. Elektrokonvulsionstherapie wird das Ding genannt. Okay, Plur erzählt wieder. Ist international im Einsatz und die ist evidenzbasiert. Mittlerweile ziemlich eindeutig und ziemlich klar, also soweit, dass die Fachwelt sich wirklich einig ist, ja, das hilft bei bestimmten psychischen Erkrankungen. Es wird besonders eingesetzt bei starken Depressionen und vor allem, wenn diese Depressionen einhergehen mit so einer, naja, mit so einer Katatomie, die hier auch erzählt wird, wenn du nicht mal mehr bereit bist zu essen. Und zusätzlich wird sie auch bei Schizophrenie eingesetzt. Auch in Deutschland. Relativ häufig. Also nicht relativ häufig. Ich meine, so viele psychiatrische Fälle haben wir in Deutschland nicht, aber sie wird eingesetzt. Wie sieht die aus? Sieht die auch so aus wie im Film? Natürlich sieht die nicht aus. Zittern die dann wo sich hin und fallen unter Umständen aus dem Bett, wenn sie nicht festgeschnallt werden? Es gibt Studien, die untersucht haben, wie diese Elektrokonvulsionstherapie in Filmen dargestellt wird oder grundsätzlich in fiktionalen Medien. Und das Ergebnis ist nicht sonderlich überraschend. Shit. Die zeigen das alle falsch und deswegen hat das Ding so einen schlechten Ruf. Man muss natürlich dazu sagen, die Behandlung mit Elektroschocks hat eine weitreichende Geschichte. Und vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, als das angefangen hat, als damit experimentiert wurde, wurde damit auch sehr viel Schindluder getrieben. Und das war auch ganz lange, es gab einfach keine Evidenzbasiertheit, sondern es wurde einfach mal drauf geschockt. Aber die Psychiatrie hat das tatsächlich ziemlich gut untersucht und mittlerweile wissen wir, dass das hilft. Und es ist noch nicht 100% erklärt, wie es hilft. Aber offensichtlich ist es so, dass es sowohl Wahnvorstellungen bekämpfen kann, als auch so die typischen Symptome von einer starken Depression. Wenn auf mich ein Arzt zukommt und mir sagt, also wir müssen jetzt folgendes machen, dass ich weiß, wir werden in den Medien völlig falsch dargestellt. Wenn der diesen Satz sagt, denke ich schon, oh, vielleicht suche ich mir einen anderen Arzt. Das ist doch der Bond-Bösewicht, der dem versucht, was zu verkaufen. Also natürlich werden Patienten, bei denen das gemacht wird, narkotisiert. Und es ist auch nicht so, dass du dann diese riesigen Wattebäuche hast, die auf einen draufgelegt werden und dann werden 10 Sekunden, 15 Sekunden Schocks durchgejagt, der ganze Körper zittert und so weiter. Das ist wohl eine sehr vorsichtige Behandlung, die sehr sachte gemacht wird und so genau beobachtet wird. Es gibt natürlich auch Kontraindikationen, du machst es nicht, wenn jemand schwanger ist oder du machst es nicht, wenn jemand Herz-Kreislauf-Probleme hat und so weiter. Und ganz wichtig, also es ist von Land zu Land unterschiedlich. Es ist natürlich so, dass die Einstimmung des Patienten vorausgesetzt ist, dass das gemacht werden kann. Aber wenn es gemacht wird, soll die Wirksamkeit bei über 90 Prozent liegen, bei den besonders schweren Fällen, bei denen es eingesetzt wird. Die Bunde Ärztekammer hat, als das mal wieder in der Diskussion war, was immer wieder passiert, 2003, ein paar Jahre bevor der Film entstanden ist, geschrieben, Ein Verzicht auf die EKD, die Elektro-Krampf-Therapie, so wird sie genannt, würde eine ethische, nicht vertretbare Einschränkung des Rechts von häufig suizidal gefährdeten, schwerstkranken Patienten auf bestmögliche Behandlung bedeuten. Oh, okay. Zumal die EKT von den Patienten retrospektiv gut bis sehr gut beurteilt wird. Okay. Und natürlich gibt es auch Gegenstimmen auch in der Wissenschaft, die sagen, äh, und die sind aber vor allem, zum einen gibt es die Nebenwirkungen und die sind tatsächlich, wie in dem Film geschildert, Gedächtnisverlust, so kurzfristiger Gedächtnisverlust und Störungen von der Wahrnehmung und vom Denken. Und dann zum zweiten wird immer wieder gesagt, naja, es hilft, aber es hilft eher kurzfristig und es hat nicht diese längerfristige Wirkung und ja, vielleicht macht es dann keinen Sinn, das zu machen, weil dann hast du jemanden in der Psychiatrie und solange er diese Therapie kriegt, geht es ihm gut, aber wenn er dann draußen ist, du kannst ihn ja nicht sein Leben lang mit Elektroschocks behandeln. Das kann ja nicht richtig sein und genau, dadurch gibt es durchaus auch Kritik, aber es ist eigentlich in der Fachwelt unumstritten, dass das eine gute Therapie ist, die extrem wirksam ist und die man nicht den Patienten wegnehmen will, insbesondere eben den Patienten, die suizidgefährdet sind, die schwere Depressionen haben, die schwere Schizophrenie haben, die katatonisch sind und so weiter. Und die eine ordentliche Akkuaufladung brauchen. Und die eine ordentliche Akkuaufladung brauchen, nämlich das haben wir hier in diesem Film. Ihr kommt diese Therapie voll gelegen. Ja, wir haben so ein bisschen Angst um sie, weil wir wissen, dass die eine Patientin ihr Gedächtnis immer wieder verliert dadurch, aber es scheint ihr keine so großen Probleme zu machen. Sie denkt nur einfach, dass sie jetzt wieder aufgeladen ist, was ja nicht ganz stimmt in der Realität. Sie fällt dann gleich wieder um, nachdem sie ihre Fantasie da ausgelebt hat mit den Maschinenpistolen aus ihren Fingern, fällt sie halt wieder um und muss zwangsernährt werden. Sie macht das großartig, ne? Sie wirkt so zerbrechlich, also sie hat diese Kind, eben so jung, sie hat diese kindliche Niedlichkeit, diese Naivität und dann gleichzeitig sowas unglaublich zerbrechliches und es gibt ja auch den Moment, wir haben über Identifikationen geredet, ist gar nicht notwendig, es gibt diesen Moment, wo du einfach mitfieberst, weil sich spielt das wirklich gut, dass sie am Rande des Todes steht, sie hungert sich zu Tode und wir fiebern dann halt auch irgendwann mit und hoffen, dass sie da irgendwie rauskommt, dass sie es irgendwie schafft, was zu essen. Ja, die Schauspieler hat auch abgenommen dafür, für diese Rolle. Ja, ganz schön ordentlich. Also ich hab sie nicht wiedererkannt, aber sie hat in A Tale of Two Sisters mitgespielt 2003 und das ist ein großartiger koreanischer Horrorfilm, der so auf dieser Welle der asiatischen Horrorfilme mitgeritten ist, aber zu den stärksten davon gehört. Also das ist ja ein sehr großer Teil des Plots, wie Ilse und Park sie dazu bringt, wieder was zu essen und diese wirklich wunderschöne Cafeteria-Szene, wo er sie anweist, wie sie jetzt was essen kann, nachdem sie dieses Gerät eingepflanzt bekommen hat. Und alle anderen sitzen drum rum und sind gespannt und machen mit. Es ist so süß. Es ist wirklich sweet. Alle fiebern mit. Und alle hauen sich gleichzeitig vor die Stirn, glaube ich, wo es nicht ganz klappt und dann, es ist wirklich sehr, sehr, sehr sweet. Wollen wir mal kurz über die Methode reden, die er benutzt? Und er, weil das, was der Film aufmacht als Methode, ist ja, sich in die Welt des Patienten zu begeben, um zu gucken, okay, ich versuche nicht erstmal sie davon zu überzeugen, dass sie kein Cyborg ist, sondern ich versuche innerhalb dieser Cyborg-Realität sie wenigstens zum Essen zu bringen und lasse mich auf diese Welt erstmal ein. Das sehen wir ja bei Alzheimer-Patienten tatsächlich, dass das immer wieder empfohlen wird, dass Verwandte und Pflegepersonal und so weiter sich größtenteils erstmal auf die Welt einlassen sollen, weil wirklich behandelbar ist es ja nicht in der Form. Was aber auch teilweise kritisch gesehen wird, ich kann mich erinnern an sehr große Debatten darüber, dass sie eine Bushaltestelle vor eine, ich weiß nicht, ob es ein Altersheim oder eine Psychiatrie war, gestellt haben, damit die Leute sich da hinsetzen können, um auf den Bus zu warten. Aber es kam kein Bus. Sonst kommt natürlich kein Bus, weil sie haben einfach eine Bushaltestelle dahin gebaut und dann wurde halt gesagt, ey Leute, das ist echt hart, ihr bringt die alten Leute dazu, die sowieso verwirrt sind, sich da hinzusetzen und stundenlang auf den Bus zu warten. Und für euch ist das natürlich so leichter, dann müsst ihr euch nicht weiter kümmern, aber das ist schon ziemlich böse, ne? Ja. Wenn du dir vorstellst, dass dann eine 80-Jährige da sitzt, die Alzheimer hat und wartet und wartet. Und wartet und wartet, ja. Die erfriert doch auch, wenn sie, also ich meine. Ja, da wird wahrscheinlich drauf geachtet. Naja, wird drauf geachtet, aber du weißt ja, Pflegenotstand, wer achtet denn dann wirklich drauf und wie lange und dann sitzt sie vielleicht, weil sie dann doch vergessen wird, dann doch ein bisschen zu lange da. Ja. Also, sind wir ehrlich. Naja, und ich weiß auch nicht, das ist halt das, was ich mich den Film über gefragt habe. Das ist aus der Perspektive des Films, als der rausgekommen ist, finde ich voll nachvollziehbar und auch ein richtig guter Schritt, ne? Das einmal zu sagen, lass dich lieber erstmal auf den Patienten ein und auf seine Welt ein. Aber ich hab auch das Gefühl, dass wir heute ein kleines bisschen differenzierter da drauf gucken. Ich würde ganz doll davon abraten, diesen Film als medizinische, psychiatrische, psychologische Empfehlung zu lesen. Auf keinen Fall machst du das mit den Patienten, was hier passiert. Und das funktioniert auch nicht so, wie es hier passiert. Das ist es halt. Und deswegen würde ich dieses medizinische, ich würde das wirklich ausklammern bei dem Film, weil sonst stolperst du über ganz viele Sachen, wo du sagst, ah, das ist nicht richtig. Aber das muss ich dir jetzt sagen, ich hab den Film gesehen vor, weiß ich nicht genau, vielleicht, ich glaube mich jetzt inzwischen daran zu erinnern, dass du mir den sogar empfohlen hast vor 20 Jahren. Das kann gut sein, vielleicht. Und ich habe aufgrund dieser Entwicklung, das was ich jetzt sage, dass man sich auf den Patienten einlassen soll, hab ich das als Methode für mich übernommen. Ich hab ja im Laufe des Lebens dann, ich weiß nicht genau warum, manche Menschen haben da nicht so viel Kontakt mit. Ich hab sehr viel Kontakt mit Menschen gehabt, die psychische besondere Besonderheiten hatten oder besondere Ausgangslagen hatten. Und das war für mich immer die Methode. Aber du bist ja auch kein Psychologe und kein Psychiater. Du hast die Leute nicht behandelt, sondern warst mit ihnen befreundet. Das ist richtig, aber man kommt ja doch immer mal in Situationen, wo man nicht anders kann, als sich eine Taktik zu überlegen. Ja, natürlich, aber das ist ja, es ist keine Behandlung. Es ist, natürlich ist es keine Behandlung, auf gar keinen Fall. Aber trotzdem ist es sozusagen die Frage dessen, welche Taktiken überlegt man sich und wo ist das sinnvoll und wo ist das eigentlich gar nicht so richtig sinnvoll. Aber das kann ich nicht abschließend beurteilen. Ich will bloß sagen, dass dieser Film mich damals dazu tatsächlich gebracht hat, das als Methode zu übernehmen. Ich glaube, du kannst da auch einfach unterscheiden, es ist einfach was anderes, was du als Freund machst und was jemand macht, der das behandelt. Ja. Und dieser Film hat natürlich eine gewisse Naivität da drin, wenn er sagt, das funktioniert. Guck mal, wie die ganzen Ärztinnen und Ärzte versagt haben. Und dieser Ilson Park setzt sich hin und sagt, ich habe eine kleine Maschine für dich, die mache ich jetzt in deinen Rücken rein. Und er macht dann so, als würde er den Rücken aufschneiden, setzt das ein und sagt, so und jetzt wird dein Reis, den du isst, in Energie umgewandelt. Jetzt kannst du wieder essen. Und ich bin froh, dass wir kurz darüber geredet haben, weil das ist schon wichtig, finde ich, für den Film, dass man wenigstens einmal kurz darüber nachdenkt. Ja. Und ich sage auch nicht, dass das komplett falsch ist, aber wie gesagt, ich bin kein Psychologe. Aber wenn du mit jemandem zu tun hast, der eine Schizophrenie hat, als Freund oder als Familienangehöriger, klar gehst du dann auch anders damit um, als wie ein Psychologe damit umgeht. Ja. Aber man sollte sich schon auch mal mit Leuten unterhalten, die das beruflich machen dann. Also man sollte sozusagen nicht, wie ich damals, seine Tipps aus Filmen holen, sondern dann vielleicht doch mal mit Leuten sich unterhalten, die einem sagen, das ist vielleicht als Freund eine angemessene Reaktion. Definitiv. Also ich habe ja immer, immer wenn es so Psychiatriefilme und Psychotherapiefilme, es ist halt, Filme sind meistens Bullshit. Ja, ja. Wenn es darum geht, sich damit auseinanderzusetzen, was funktioniert, wie sieht eine Psychiatrie aus. Und meistens halt vor allem auch in so diese Richtung, diese Psychiatriekritik, und ich mache gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern, weil das ja oft ganz fiese Klischees sind und wird total falsch dargestellt. Ja. Und einfach mal um eine Lanze für die Psychiatrie zu brechen. Wir können total froh sein, dass wir Leute haben, die sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen, die sich damit pflegerisch und medizinisch auseinandersetzen, um Menschen zu helfen, die unter was auch immer leiden. Ja, absolut. Und ja, Einerflug über das Kuckucksnest ist ein toller Film, aber auch ein Arschloch. Ja, absolut. Ich hab ihn neulich wieder gesehen und ich hab aber das stärker in Erinnerung gehabt, dass die Psychiatrie so wahnsinnig arschlochig ist. Aber das ist ja über weite Teile nur relativ subtil. Und erst am Ende wird's wirklich eskaliert, das dann halt, ne? Aber diese Oberpflegerin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die wird doch von Anfang an als der Antichrist schlechthin dargestellt. Eigentlich nicht so dolle. Also, sie ist unbaumherzig in ihrer Art und Weise zu sagen, nee, wir machen jetzt zum Beispiel nicht das Spiel an, was du unbedingt gucken willst. Wir lassen das mal abstimmen und dann weiß sie ganz genau, dass die, die nicht abstimmen können... Ach, das ist böse. Also wirklich böse. Das ist böse. Aber, aber das ist nicht die absolute Grundlage des Films. Das hab ich in meinem Kopf immer vergrößert. Okay, vielleicht hab ich das auch vergrößert. Ich hab den auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich mag den Film, um das dazu zu sagen. Ich find, das ist ein richtig guter Film. Ich mag, ich liebe das Ende. Ich find Jack Nicholson ist richtig stark. Ist sowieso insgesamt total gut gespielt. Und es gibt mal echt schöne Szenen. Aber es ist, er hat halt das Problem, was fast alle Filme haben, die in der Psychiatrie spielen, dass er eben, und es ist natürlich so naheliegend, dass er das darstellt als so ein Setup, in dem jemand Macht hat, über jemanden, der sehr schwach ist und das vollkommen ausnutzt. Und Psychiatrien sind immer so Fegefeuer, in denen fiese Ärzte, Patienten quälen und ihre Macht ausspielen. Und ich bin froh, dass das in diesem Film nicht so ist. Ja, absolut. Aber es ist natürlich in die andere Richtung jetzt, auch unrealistisch. Ja, total. Und ich warte noch auf den Moment, wo wir mal realistische Filme haben, die das irgendwie realistisch darstellen. 12 Monkeys hat es ja auch nicht geschafft. Oh Gott, 12 Monkeys war ja genauso. Also 12 Monkeys war ein toller Film und da ist es ja auch so fantastisch übersteigert. Und da ist die Psychiatrie eher sowas wie ein Zoo, was ja auch zu diesem Film passt. Wie ist dieser Film mit Vynonna Ryder und Girl Interrupted? Ach. Angelina Jolie, doch, es ist Angelina Jolie, aus dem Jahr 1999. Ich glaube, der hat es ganz gut hingekriegt. Zumindest so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Okay. Da war es wirklich okay, auch so ein bisschen Klischees und das war auch so ein Coming-of-Age-Film, wo es darum geht, dieser Fuchtel der Psychiatrie zu entwachsen und seine eigene Persönlichkeit zu finden. Aber da war es, glaube ich, ganz okay. Aber ansonsten würde ich auch behaupten, wenn Psychiatrie in Filmen dargestellt wird, wird meistens dieses Scientology-Narrativ übernommen. Ja, ja, ja. Psychiatrie ist ein böser Ort, die wollen dich unterdrücken. Hör nicht auf diesen Scheiß, kümmere dich halt. Es ist genau dieses Alternativmedizinische. Alles, was evidenzbasiert ist, was es an Medizin gibt, wird verteufelt. Ja. Ja. Wird dabei gerne unter den Teppich gekehrt. Ja. Wie sehr ist sie eigentlich ein Manic-Pixie-Dream-Girl und wie sehr ist er Manic-Pixie-Dream-Boy? Er ist voll Manic-Pixie-Dream-Boy. Ja. Rain. Rain. Es ist ja krass, ne, was der in seinem Leben alles gemacht hat. Der ist 42 oder sowas inzwischen und hat ein krasses Leben hinter sich als K-Pop-Star und hat ganz viele TV-Shows gemacht und Filme gedreht und Zeug. Es ist ja unglaublich. Sieben Tage vor mir geboren. 1982 ist er geboren. Und er hat schon drei deiner Leben gelebt. Und eigentlich, das war seine erste Rolle als Schauspieler. Und davor hat er als Sänger und als Popstar und als Model, hat er schon eine riesige Karriere. Er wurde zu den einflussreichsten Menschen des Jahres gewählt, so mehrmals in Folge, weil ihn halt wirklich sehr viele Leute kennen. Ich hab ein bisschen reingehört, was mich dann doch interessiert hat. Ich hab ein bisschen Rain gehört. Nee, ist nicht meine Musik. Ich kann mit diesem... Ich bin nicht in dem K-Pop-Game drin. Ich auch nicht. Ich höre auch nicht, was K-Pop von J-Pop unterscheidet. Oh Gott, was ist J-Pop jetzt noch? Japan. Ach so. Es ist okay. Es ist hörbar. Es ist halt wirklich so Pop. Irgendwo zwischen gesäuselten Balladen und Hip-Hop-Einflüssen und Elektrobeats und alles so hörbar, aber auch so was so ein bisschen an einem vorbeifliegt. An dieser Stelle einen kurzen Groß nach München an Melli. Sie mag das? Sie mag das sehr. Ich find's aber auch spannend und er ist halt voll der Boy-Group-Typ. Er sieht ja echt saugut aus. Und er ist der Manic-Pixie-Dream-Boy in diesem Film. Absolut, ne? Definitiv. Sie, ihre Krankheit oder wie sie inszeniert wird, taugt nicht dazu, sie zum Manic-Pixie-Dream-Girl zu machen, weil sie zu wenig Manic ist dabei. Naja, aber sie muss ja schon gerettet werden und so und er darf da das, also es ist schon so ein bisschen. Aber das Manic-Pixie-Dream-Girl muss nicht gerettet werden, sondern ist die Rettende. Das ist das Besondere. Ist das wirklich? Ja. Es gibt zumindest eine feministische Komponente bei dieser Männerfantasie, es ist nichts anderes. Das sind so Frauen, die sehr fröhlich, Kirsten Dunst hat das gespielt, so sehr fröhliche Quietsch-Fidele in Elisabeth Town oder Natalie Portman in, die wir vielleicht auch mal besprechen sollten, der echt ganz nett war, Garden State. Die so fröhlich sind und lustig und das Leben genießen, während der Mann irgendwie in Depressionen versunken ist und von diesen fröhlichen, lebenslustigen rausgerettet wird. Ja, vielleicht sollten wir uns nochmal genauer mit diesem Manic-Pixie-Dream-Girl auseinandersetzen. Egal, egal, das machen wir bei einem anderen Film. Auf jeden Fall, ich finde, wenn, dann ist er eher das Manic-Pixie-Ding. Ja, ja, ja. Aber ja, natürlich, und er rettet sie, aber sie ist, ja, sie ist nicht mannig genug, ne? Sie ist zu sehr in sich gekehrt und auch, ja, sie hat auch ihre mannigen Momente. Aber sie ist dann doch zu kaputt einfach durch dieses Hungern und dadurch, dass ihre Haare auch echt so ziemlich mitgenommen aussehen teilweise. Dann hat sie diese blondierten Augenbrauen, die wahrscheinlich daherkommen, dass sie einen Schocker kriegt hat. Keine Ahnung, wird nicht erzählt. Sie hat es halt einfach dann. Ja, ja. Und jetzt müssen wir über Jodeln reden, weil das ist irgendwie die geilste Szene des ganzen Films. Da zieht er nämlich sein Manic-Pixie-Programm durch. Flor, kannst du vielleicht einen Übergang finden? Komm, du kriegst jetzt einen Übergang von blondierten Augenbrauen zum Jodeln. Naja, sie wird aufgeladen mit den Elektroschocks und dann kommt er und sagt, so, und jetzt lass uns mal rausgehen. Was passiert da in dieser, also ich meine, es ist sowieso verwirrend, wenn er manchmal klein wird, manchmal groß, aber dann rubbelt er ihre Beine, um sie aufzuladen. Und dann plötzlich fängt das Jodeln an und dann fliegen sie durch den Himmel und dann sind sie auf dieser Wiese und ihre Oma kommt mit einem Gummiband. Ich kann schon verstehen, dass manche Leute sagen, ich verliere mich in diesem Film, weil what the fuck passiert, also die Szene ist toll, aber what the fuck, was passiert da? Okay, fangen wir von Anfang an. Sie ist in diesem viel zu grünen Raum, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Beruhigungsraum so gepolstert in diesem Grünton beruhigend ist. Auf jeden Fall sitzt sie da und nebenan wird er dann reingeworfen in einen ähnlichen Raum und er gibt ihr diesen Becher weiter. Man kennt ja dieses Bechertelefon, wo diese Schnur dazwischen ist und dann kann man mehrere Meter voneinander entfernt sich im Becher hören, wenn die Schnur straff ist. Betonung liegt auf, wenn die Schnur straff ist. In dieser Szene können die auf gar keinen Fall hören im Becher, was der andere sagt. Keine Chance. Physikalisch völlig unmöglich. Aber wir sehen auch, dass sie relativ nah aneinander sind, was die Fenster betrifft. Die können sich einfach so unterhalten. Das Bechertelefon ist vollkommen überflüssig. Völlig nutzlos. Aber ich finde es ein total süßes Gadget, weil die ja dann auf der Wiese, wo die da sind, sich trotzdem noch, wenn sie nebeneinander sitzen und sie sich so an den Rand kuschelt, trotzdem noch über dieses Bechertelefon reden ein Stückchen. Das finde ich total süß. Sodass die eigentlich nur in einer Fantasie zusammensitzen, aber ja tatsächlich getrennt sind voneinander. Und dann kommt die Mutter mit diesem Gummiband. Ich finde das Bild total großartig. Von ihr, wie sie da mit letzter Mühe... Die Oma. Die Oma mit letzter Mühe da rankommt und das Gummiband zieht und zieht und sie will noch bei ihr einen Moment wenigstens sich verabschieden oder sowas. Der Sinn des Lebens ist, aber doch, das kommt ein bisschen früher. Egal, erzähl weiter. Und dann wird sie weggezogen und schnipst in den Himmel hinein und ist weg. Ich finde es ein total gutes Bild. Ich finde es total schön, auch ihre Fantasie, also ich interpretiere das jetzt einfach mal so, dass sie in ihrer Fantasie, dass Oma sich wirklich Mühe gibt und mit letzter Kraft nochmal kommt, um sich zu verabschieden. Und dann einfach das Jenseits oder was auch immer oder die, also sie hat, ich weiß nicht, ob sie dann schon weiß, dass ihr Oma stirbt oder gestorben ist. Ich habe das gerade nicht genau im Kopf. Aber dass irgendeine unsichtbare Kraft an ihr zieht, um sie rauszureißen, aus ihrem Leben rauszureißen und dass Oma sich aber wirklich Mühe gibt. Das war wahrscheinlich ihre wichtigste Bezugsperson. Also ich habe das Gefühl, dass das Verhältnis zu ihrer Großmutter ist deutlich enger als zu ihrer Mutter, auch weil die Großmutter sich ganz viel um sie gekümmert hat, ganz viel da war. Und deswegen hat sie das ja auch so aufgesaugt, diese Wahnvorstellung. Also ihre Großmutter lebt ja auch in ihrer Welt und er wurde auch ihre Welt weggenommen. Die Mutter hat gesagt, du darfst deinen Rettich nicht essen. Sie hat dir das Gebiss weggenommen, damit sie den Rettich nicht mehr essen kann. Das ist übrigens ziemlich eklig, wenn sie am Anfang mit diesem Gebiss rumläuft. Das ist echt nicht schön. So ein Gebiss, so dritte Zähne, das ist echt widerlich. Vor allem, es gibt dieses tolle Bild von oben, wo die Kamera von oben runter guckt und sie schaut hoch zu den Lichtern mit offenem Mund und da hat sie das Gebiss drin. Und dieses Lächeln wirkt so absurd, was sie da aufsetzt. Ich finde es echt unangenehm. Ich finde diese Gebissprothesen, die sind echt nicht schön. Kurz bevor die übrigens da eingesperrt werden in diese beiden Räume, kommt einer der besten Sätze überhaupt. Der Automat lässt dich grüßen, ruft er ihr noch zu. Das ist so süß. Kurz davor habe ich tatsächlich die lustigste Szene des Films notiert, nämlich wenn sie alle Hunger streikten für sie, damit ihre Elektroschocks aufhören. Und dann kommt der Arzt und sagt so, passen Sie auf, Sie haben das nicht verstanden. Wir machen die Elektroschocks, weil sie nichts isst. Und dann so ganz kurz Sekunde Pause und dann fangen alle an ganz schnell zu essen. Das ist toll. Keiner von denen wollte wirklich streiken, die hatten alle Hunger. Und sobald es ein Argument gibt, rennen alle dahin und essen. Ich fand viel witziger diese Interpretation, dass sie Angst haben vor der Elektroschock-Therapie. Dass er da steht und sagt, wir geben ihr die Elektroschocks, weil sie nichts isst. Guck kurz in die Runde, wo die ganzen Leute sind, die sagen, wir essen jetzt nichts mehr. Und dann fangen alle ganz schnell an. Das habe ich so nicht verstanden, aber ist auch geil. Oh mein Gott. Super. Ja, also der Film hat wirklich viele, viele lustige Momente. Aber eben auch so absurde Momente. Diese ganzen Mitpatienten, die sind so tolle Typen dabei. Ja, muss man schon sagen. Dieser eine Typ, der so höflich ist, dass er nur rückwärts gehen kann. Und der sich für alles entschuldigt und glaubt, an allem schuld zu sein. Was für eine großartige Figur. Tolle Idee. Auch kulturell macht es voll Sinn, weil man ja immer wieder hört, dass diese Kultur sehr darauf bedacht ist, sich immer zu entschuldigen und immer höflich zu bleiben. Und selbst wenn irgendwie der größte Scheiß passiert, irgendwie seinen Shit nicht zu verlieren. Dann dieser Tischtennisspieler, der sich den After zugenäht hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Mythomanie-Patientin hatten wir schon. Das ist eigentlich eine ziemlich traurige Figur, die guppt an, die immer alles in sich reinstopft. Die ja ganz am Anfang wesentlich ist für das Hungern von Yangun, weil sie ihr die ganze Zeit das Essen zuschieben kann. Weil sie einfach essen kann und einfach weiter in sich reinschaufelt, weil sie offensichtlich Angst hat, dass sie irgendwann mal kein Essen mehr haben könnte. Also es ist echt so eine Mischung aus absurd, witzig. Aber dann merken wir auch, schnell kommen wir auch zu denen, die irgendwie auch traurig sind als Figuren. Ich finde es total interessant, lass uns mal ein bisschen länger über Park Elson reden. Der hat ja Angst, dass er irgendwann zu einem Punkt verschwindet und weg ist. Und seine Mutter hat ihn irgendwann verlassen und dann gibt es eine Einblendung von irgendeinem Richter, der ihm das auch nochmal deutlich aufs Gesicht zusagt. Du wirst dich auflösen. Du wirst dich auflösen. Und er trägt diese Hasenmaske, die so ein bisschen an Alice in Wonderland erinnert. Und sicherlich auch eben diese Referenz mitbringen soll in The Rabbit Hole. Und dann dieses manische Zähneputzen. Und dieses manische Zähneputzen. Alles was er macht, sagt er, ist um zu verhindern, dass er sich auflöst. Er wird ja als antisozial bezeichnet und sagt, ich bin anti-auflösend. Ich kämpfe gegen das Auflösen, indem ich mir die Zähne putze und indem ich ihm die ganze Zeit was klaue, weil dann irgendwie was da ist. Und ich glaube auch, dass dieses Antisoziale ja überhaupt nicht stimmt. Weil das, was er macht, und das finde ich sehr interessant in diesem Charakter, er stiehlt den anderen ja nicht nur Dinge, sondern das Wesentliche daran ist ja, dass er ihnen Eigenschaften klaut. Und was gibt es Empathischeres und Sozialeres, als Eigenschaften von anderen zu nehmen und nachzuempfinden. Und er hat die dann ja, er geht ja dann rückwärts und entschuldigt sie ständig. Wenn er ihr ihre Empathie nimmt, ist er wahnsinnig empathisch und also emotional. Und ich finde es total spannend, weil das seiner Diagnose entgegen geht. Und ich kann mir vorstellen, dass das so gemeint ist, dass er sich selbst damit heilt. Dass er das angenommen hat, als seine selbst auferlegte Therapiemethode, um sozial zu werden. Das finde ich total cool. Zumal seine Diebstahlaktionen ja meistens auch was Befreiendes haben für die Beklauten. Also ich meine, Yangun fleht ihn ja an, ihr das Mitleid zu stehlen. Aber davor schon, als er diesen netten, diesen höflichen Typen beklaut. Und dann hat er den ja auch ein bisschen befreit von dieser Last, die er die ganze Zeit mit sich rumgetragen hat, weil er sich überall schuldig gefühlt hat. Es ist total schön. Und das, was ich ganz toll finde, ist, dass er die ganze Zeit auch sagt, naja, aber also, wenn ich dir das jetzt klauen soll, du musst das schon scheiße finden. Ich kann das jetzt nicht, ich kann niemandem was wegnehmen, wenn er will, dass das weg ist. Und wie sie dann, das ist total süß, wie sie dann sagt, ja, bitte, ich verspreche, mich zu ärgern. Ich verspreche, dass ich mich ärgere, wenn es weg ist. Also bitte stiehle es mir. Es ist so eine süße, naive Verhandlung, die sie da führt. Und dann verfolgt er sie auch noch, er sagt, es muss über einen längeren Zeitraum sein, und verfolgt sie und versucht irgendwie so das Programm durchzuziehen. Und dann wird es plötzlich eine Detective-Story, weil er dann ja der Auf-Erzähler ist, der erzählt, ja, ich habe sie verfolgt, ich habe das gemacht und ich habe das gemacht. Das sind diese merkwürdigen Perspektivwechsel, wo wir die ganze Zeit durchgeschleudert werden und wir waren die ganze Zeit bei ihr, wie sie mit den Maschinen redet und wie sie ganz klar in dieser Cyborg-Welt ist. Und dann plötzlich ist er einfach der Auf-Erzähler und sagt, als ob er es von Anfang des Filmes angetan hätte. Ich verfolgte sie dann, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Und wir denken, hä, was, habe ich den Punkt verpassen? Was ist jetzt passiert? Ich dachte, ich habe mich gerade daran gewöhnt, dass ich bei ihr bin, in ihrem verwirrten Verstand. Und egal, wie wilder das ist, ich habe mich darauf eingelassen und jetzt bin ich bei dir. Und jetzt soll ich dir folgen, wie du das jetzt hättest? Ich glaube doch sowieso schon niemandem mehr. Aber ich habe damit gar keine Probleme. Und ja, okay, jetzt so nach und nach kann ich vielleicht auch verstehen, dass andere Leute Probleme damit haben könnten. Aber ich finde es total großartig. Ich finde es wirklich eine tolle Methode, das zu erzählen. Du wirst halt durchgeschüttelt und du wirst durchgeworfen, aber weil eben alles so unklar ist von Anfang an, kannst du, ich finde man arrangiert sich mit dieser Unklarheit und man weiß, dass man sich auf nichts verlassen kann und sehr viele Geschichten hört hier und auch Geschichten, die Leute sich selbst erzählen und die akzeptiert man. Das ist ihre Realität und das ist ein Film, der viele Realitäten hat. Ja, das finde ich auch eine ganz große Stärke des Films, dass man, das ist ja ein hoch empathischer Prozess, sich immer wieder neu in die Welten dieser Figuren hineinzugeben. Und das ist die große Stärke überhaupt von Film an sich, dass du dich hinsetzt ins Kino und in die Welt einer Figur eintauchst. Und dass dieser Film das so übertreibt und dir so wahnsinnig viele Welten anempfiehlt und dich wirklich da empathisch reinzieht, das ist wirklich eine Stärke des Films. Ich finde es toll. Und das Schöne ist halt auch wirklich, wie diese Welten miteinander kollaborieren. Dass er ihre Realitäten auch akzeptiert und sie seine Realitäten akzeptiert und dass sie in diesem Universum, dass sie sich dadurch gemeinsam schaffen, zusammenfinden. Und wenn das ein Universum ist, in dem man sowas wie Mitleid stehlen kann und durch eine eingesetzte Taschenuhr aus einem Roboter die Möglichkeit gibt, Reis zu essen, so biert. Ja, genau. Wir haben eine gemeinsame Ebene gefunden. Ja. Das ist toll. Und ich habe das Gefühl, dass es dadurch am Ende gar nicht so sehr um Mental Illness oder sowas geht, sondern einfach darum, dass wir unterschiedliche Weltsichten und Ansätze, die Welt zu erklären, irgendwie akzeptieren. Ja. Das, was wir erleben mit der Welt ohne Mental Illness, ist ja genau der gleiche Wahnsinn. Wenn ich allein in andere Religionen reinschaue, ich brauche einen empathischen Ansatz, um zu verstehen, was da passiert und was für Glaubenssätze dahinter stecken und was für Ideen die Welt zu begreifen dahinter stecken. Für mich ist das gar nicht so weit weg davon und ich finde es interessant, diese Parallele aufzumachen. Es gibt ja wirklich diesen schönen Moment dann gegen Ende, der eigentlich so außerhalb von der Liebesgeschichte für mich der schönste Moment des Films ist. Wenn nicht sogar sowieso der schönste Moment des Films, wenn sie der Psychologin, die die ganze Zeit versucht hat, an sie ranzukommen, erzählt, dass sie ein Cyborg ist, dass sie das verrät. Und dann umarmen sie sich ja auch ganz lange. Und es gibt diesen Moment des gemeinsamen Essens, wenn die Psychologin sagt, so jetzt haben wir was geteilt, jetzt müssen wir auch zusammen was essen. Ich hoffe, du weißt, wie das funktioniert. Ein ganz kurzer Moment, in dem wir rausgerissen werden aus diesen ganzen kollidierenden Realitäten und Wahnvorstellungen, wirklich einfach in ganz banalen Patienten-Ärztin-Gesprächs sind. Stimmt, ja. Es wirkt nicht deplatziert, es ist tatsächlich so ein Moment, wo wir vielleicht auch kurz, bevor es am Ende nochmal ein bisschen irre wird, für fünf Minuten so einen ganz friedlichen Moment haben und komplett rausgerissen sind aus diesem ganzen Wahn und dieser ganzen Gedanken-Jonglage. Und einfach nur bei dem sind, was wahrscheinlich am ehesten der Realität nachkommt und was einfach schön ist auch. Weil sie ja auch ein Stück Heilung erfahren hat, wie auch immer man diese Heilung sehen will. Genau, ja. Das ist auch toll, weil die Ärztin, man hat oft das Gefühl, dass sie sehr viel einfach weglächelt und dass sie nicht besonders hilfreich ist, dadurch, dass sie nur Zeit vor sich hin grinst. Aber in dem Moment ist sie tatsächlich sehr hilfreich, weil sie das macht, was er ja im Grunde auch macht. Sie nimmt das erstmal an. Sie unterstützt es zwar nicht, indem sie sagt, ah ja, du bist also ein Cyborg, sondern sie sagt, das ist gut, dass es jetzt raus ist. Und sagt aber nicht sofort, nein, du bist kein Cyborg, reiß dich mal zusammen. Sondern sie lässt die Welt erstmal so sein, wie sie ist. Und dann kommen die nächsten Schritte schon irgendwann. Und dann hältst du dich für eine Atombombe. Ja, stimmt, ja. Ja, wir haben die große Abschlussromantik mit wildem Zähneputzen und einem Finger in der Weinflasche, damit der Korken auf dem Kopf verhindert, dass sie vom Blitz getroffen wird. Das ist einfach so absurd. Wie kommst du denn damit klar, dass das Ende ja eigentlich, wir haben ja mehrere Enden jetzt, weil das große Finale scheint ja zu sein, dass sie was isst. Und dann versuchen sie aber eine neue Quest aufzumachen, indem sie sagt, jetzt will ich aber auch rausfinden, was Oma da gesagt hat. Und versuche Lippen zu lesen aus meiner Erinnerung. Da kann ja nur Atombombe dabei rauskommen. Das ist schon ein bisschen seltsam. Sie machen das ja neu auf, die Geschichte. Es fliegt ja schon länger damit rum. Also tatsächlich zur Hälfte des Films kommt die erste Schocktherapie. Und wenn sie die erste Schocktherapie hat, sieht sie zum ersten Mal die Großmutter, die vor diesem Kasten steht. Und ihr versucht das zu sagen und da versucht sie die Lippen zu lesen. Das heißt, zumindest diese Frage, was wollte sie wohl sagen, schwebt irgendwie schon länger mit. Aber jetzt wird sie natürlich sehr konkret. Ich hatte das Gefühl, es bietet vor allem nochmal, nachdem sie gerettet wurde und nachdem auch irgendwie Ilse und Puck gerettet wurde, weil er diese Brosche von seiner Mutter ja losgeworden ist dadurch, bietet es den beiden nochmal die Möglichkeit, mit dieser neuen Realität, in der sie sich jetzt befinden, einen Moment zu zweit zu haben. Und das ist ja wirklich ein Date. Ja, das stimmt. Sie gehen da hoch, damit sie explodiert, aber es ist doch so klar, dass das einfach ein Date ist, inklusive Weinflasche und Händchenhalten. Ja, und nasse Socken ausziehen. Und es sind ja nicht nur die Socken nass. Hör mal, kann man da nicht noch mehr ausziehen? Es ist auf jeden Fall irgendwie, es ist einfach schön. Es ist das so, die Liebesgeschichte von ihnen startet vielleicht in diesem Moment erst so richtig. Ja, ja, ja. Und ja, es ist auch einfach ein schönes Ende. Der Film ist nicht so plot-driven. Auch wenn es so ein paar Themen gibt, die durchgezogen werden, springt der Film trotzdem wild hin und her. Ja, und deswegen kann ich ihm auch diese drei Enten verzeihen. Die sind da und das ist okay, weil das sowieso alles irgendwie so rumschüttelt, rumgerüttelt wird. Und dann kommt am Schluss halt nochmal eine Spülung, als wären wir eine Waschmaschine. Ja, also ein bisschen kitschig ist es auch mit dem Regenbogen. Voll kitschig. Aber das ist gut, der Film ist kitschig. Der Film ist die ganze Zeit kitschig. Ja, aber so, Regenbogen, die Zeit des Regens ist vorbei. Die Sonne kommt raus. Das Leben beginnt sonnig zu werden. Keine Ahnung. Dann fängt er an, irgendwie kitschig zu werden. Aber ich komme damit auch klar. Ich finde es schön, dass sie sich am Ende die Zähne putzt. Sie übernimmt was von ihm. Genau. Ja, dass es ein bisschen Austausch ist. Und dann liegen sie nackt aufeinander, auch wenn wir das nicht richtig sehen können, weil wir so in einer großen Totalen sind. Ich will den Regenbogen, ich will ihn gar nicht nackt sehen. Ich bin voll beim Regenbogen in dem Moment. Ich finde auch tatsächlich, Sex gehört irgendwie nicht so wirklich in diesen Film. Nee, nee, nee. Weil es auch sowas kindlich Naives hat, ne? Ja, dann ist man eher verstört davon, wenn man dann irgendwie Sex erahnen will da in der ganzen Geschichte. Park Chan-Wook hat gesagt, dass er seiner Hauptdarstellerin eben so jung gesagt hat, sie soll sich nicht vorstellen, die zu spielen wie ein Cyborg, sondern eben wie ein kleines Kind. Ein kleines Kind, dass das ganz frei ist von Moral und von Schuldgefühlen und einfach nur seine Wünsche erfüllt haben will. Ja, genau. Und das auch mal nervig sein kann, mal albern sein kann, aber das halt einfach unschuldig ist vor allem. Und ich finde, das ist ihm gut gelungen und das ist auch so ein Rahmen über dieser gesamten Geschichte. Das hat einfach diese Unschuld, diese Naivität, dieses, 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 ja auch dieses Unreflektierte. Ja, ganz kurz über den Titel noch reden. Ja. Ich finde es interessant, der Titel gibt ja eigentlich schon eine Vorausschau auf das Ende, weil der Anfang ist ja, I'm a Cyborg. Und dann in den letzten fünf Minuten ist es, but that's okay. Ja, ja, total. Und ich finde es total schön. Und ich finde auch, dass der Titel genauso heißen könnte, I'm an introvert, but that's okay. Oder I have a weird fetish thing, but that's okay. Weißt du, so, so, es ist okay, wie du bist, es ist alles in Ordnung. Das ist das Hauptthema des Films, ist einfach den Menschen auch so akzeptieren, wie er ist. Und weißt du, du hast mir mal den Begriff Empathie genommen, jetzt will ich ihn auch einmal reinwerfen. Was du Empathie genannt hast, die Empathie, dass sich auf den Menschen einlassen und die Menschen auch so zu akzeptieren und dann auch irgendwie zusammenzufinden. Auch wenn man nicht unbedingt direkt 100 Prozent auf einer Wellenlänge ist. Ja, genau. Das ist da natürlich im Großen, weil jeder in komplett seiner eigenen Realität lebt, aber wir kennen es halt auch aus dem Kleinen. Ach, das ist schön. Ich glaube, das ist auch das große Ding, warum mir der Film so gefällt und warum mir der Film so wahnsinnig viel sagt. Wollen wir in unsere Top 3 mal hineinrutschen? Ja, bitte. Unsere Top 3. Wir haben eine Top 3 mit dem Thema Filme im Kopf der Protagonisten. Das kann man auch in verschiedenen Arten und Weisen interpretieren. Ja. Ich habe tatsächlich fünf insgesamt, aber ich will meine Honorable Mentions nicht nennen, weil ich Angst habe, dass ich mir den Honorable Mentions dir einen Platz wegnehme. Ich habe auch fünf. Oh. Dann lass uns doch die Honorable Mentions am Ende machen. Machen wir die am Ende. Ich muss loslegen, ne? Ja, leg du mal los. Mein Platz 3. Spoiler für nächste Woche. Time Bandits. Time Bandits. Ach so. Und mehr sage ich nicht dazu, aber das wird eine Aufgabe für nächste Woche. Time Bandits. Über den will ich reden. Oh. Time Bandits spielt zumindest, so viel sei gesagt, auch wenn es nicht 100% ausdekliniert ist, höchstwahrscheinlich im Kopf unseres zehnjährigen Protagonisten. Eines kleinen Jungen von Terry Gilliam. Wunderbar. Eine Liebeserklärung an die Fantasie. Irgendwie der Versuch von Terry Gilliam, einen Kinderfilm zu drehen und nächste Woche werden wir drüber reden, ob ihm das damit gelungen ist. Mhm. Okay. Ich hätte auf meinem Platz 3 Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Ja, damit hast du meine erste Honorable Mention weggekickt. Okay. Findet vor allem eben in seinem Kopf statt, während das gelöscht wird. Er geht zu einer Firma, die eben die Erinnerung löschen soll an eine Freundin, die sich getrennt hat von ihm. Und sie scheint das gemacht zu haben und das verletzt ihn und er denkt sich ja, ich will auch, ich will sie nicht mehr in meinem Kopf haben. Also ein Science-Fiction-Thema theoretisch, aber praktisch eigentlich geht es um Bewältigung von so Trennung. Ja, großartiger Film. Naja. Toller Ritt durch die Fantasie von Kaufmann auch, oder? Aber das weiß ich nicht ganz genau. Spike Jonze, glaube ich. Okay. Mein Platz 2. Ja. Schmetterling und Taucherglocke aus dem Jahr 2007. Ein französischer Film über einen Chefredakteur, auf einer wahren Begebenheit basierend. Der Chefredakteur einer großen Modezeitschrift hat einen Schlaganfall und leidet dann unter einem Locked-In-Syndrom und kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Und erzählt wird zum einen, wie er zurückfindet und dann auch irgendwann mit der Außenwelt kommuniziert und sogar seine Autobiografie aufschreibt, indem er einfach nur zu Buchstaben blinzelt. Und gleichzeitig wird aber auch erzählt, wie er halt ganz viele Träume und Gedanken hat, weil das die Momente sind, in denen er sich bewegen kann und in denen er richtig kommunizieren kann und so. Und ein sehr bewegender Film, ein sehr trauriger Film aus dem Jahr 2007, Frankreich. Sehr schönes Drama. Okay. Alles Kandidaten für unsere Liste hier. Ja. Aber mein Platz 2 ist, keine Liste kommt ohne diesen Film aus, also in diesem Thema zumindest nicht. Fight Club. Wir haben lange ausführlich über Fight Club geredet, über seine Probleme, aber auch sehr, sehr viel über sehr viele gute Sachen dieses Films. Und ich finde, es hat kaum ein anderer Film so gut hingekriegt, eine zweite Figur, die eigentlich gar nicht da ist. Oh, Spoiler. Oh nein. Alles verraten. 1990, da darf man auch mal spoilern. Ja, er hat mal nicht so anläuten. Er hat genug Zeit. Genau. Also es passiert sehr viel in seinem Kopf, sagen wir so. Ja. Toller Film. Und hört euch unser Gespräch dazu an, weil wir haben uns sehr stark auch damit auseinandergesetzt, inwiefern, wie dieser Film mit Themen wie Machoismus, Faschismus und so weiter, Maskulinismus umgeht. Und ich glaube, es ist ein ganz interessantes Gespräch geworden. Also wir haben uns sehr lange und ausgiebig und sehr, sehr kritisch mit dem Film auseinandergesetzt, mit dem Ergebnis, hey, wir mögen diesen Film immer noch, aber es gibt einiges zu besprechen. Das ist ein riesiges Paket, was dieser Film mitschleppt. Absolut. Mein Platz 1. Die beste, akkurateste und schönste Reise in die Gefühlswelt und in den Verstand eines Kindes, Wo die wilden Kerle wohnen von Spike Jonze aus dem Jahr 2009. Der hätte reinkommen können, ja. Unfassbar guter Film. Stimmt. Ich habe den vor kurzem nochmal mit meinem Sohn geguckt und dachte nochmal, ja, ich glaube, der hat es geschafft, in den letzten Jahren zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme zu werden. Ganz weit oben, wirklich schön traurig, nimmt vor allem Kinder ernst und versteht genau, wie viele unterschiedliche Gefühle und Fantasien, Ideen und auch Ängste und Sorgen in so einem Kind drinstecken können. Und bringt die halt in diesen riesigen Monstern auf die Bühne, auf die Leinwand. Meisterwerk. Wir haben auch über diesen Film sehr lange geredet. Auch das Gespräch habe ich als sehr, sehr intensiv und gut in Erinnerung. Auch eine unserer ersten Episoden. Ja, stimmt. Mein Platz 1 ist, weil ich den neulich auch nochmal geguckt habe, um das nochmal irgendwie hinzukriegen, zu sortieren im Kopf. I'm thinking of ending things. Und damit hast du meine zweite Honorable Mention weggekriegt. Schön. Es ist wirklich krass, weil beim zweiten, dritten Gucken man nicht mehr versteht, wie zur Hölle konnte ich das nicht verstehen? Wie konnte ich diesen Film beim ersten Gucken nicht verstehen? Das ist doch alles da. Da ist dieser Hausmeister und das ist doch alles klar. Auch eine Episode, die wir, also ein Film, den wir in einer Episode besprochen haben. Und da würde ich fast, weiß ich nicht genau. Ich habe in der Episode, als wir darüber geredet haben, habe ich allen empfohlen, sich vorher darüber zu informieren, was dieser Film eigentlich sagen will, damit man versteht, was er sagen will. Und jetzt beim zweiten Gucken denke ich, ne, es war eigentlich ganz geil, dass ich beim ersten Mal überhaupt gar keine Ahnung hatte. Danke. Endlich bist du auf meinem Zug. Der Film will dir nichts sagen. Ein Film will nichts. Ein Film ist nicht ein handelndes Subjekt, das gegen etwas will. Hör auf, das menschliche Bewusstsein in einen Film rein zu verpflanzen. Das ist kulturelle Metaphysik. So einen Scheiß machen wir nicht. Der Film ist einfach. Ich liebe kulturelle Metaphysik, Flor. Ich könnte mir auspendeln, wenn du möchtest. Welche zwei Honorable Mentions hast du denn noch? Ich habe 12 Monkeys noch. Ah ja, ja, ja. Und ich habe noch Matrix, weil ja die Matrix im Grunde im Kopf der Menschen nur noch stattfindet. Ja, stimmt. Eigentlich ist es eigentlich Geist, findet die ganze Zeit im Geist statt. Ja. Ja, cool. Und du hast noch eine andere Menschen gehabt? Ne, ein Thinking of Ending Things war mein Platz vier und ich dachte, ah, vielleicht doch nach vorne. Ich wusste, ich war unsicher. Aber ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit, wo die wilden Kerle wohnen auf Platz eins. Schaut ihn euch an. Unfassbar gut. Wenn ihr Kinder verstehen wollt, müsst ihr den Film gucken. Ich sage ja schon nichts mehr. Okay, okay, okay. Das ist noch eine Nummer größer. Wenn ihr Kinder verstehen wollt. Okay. Dann gehen wir wieder zurück in unseren Film. Haben wir noch große Themen anzusprechen, Chlor? Ich glaube, wir können zu einem Fazit kommen. Das Urteil. Das Fazit von Kritikern war ja eigentlich sehr positiv. Aber so richtig viel Geld hat er nicht gemacht, ne? Die amerikanischen Testaufführungen sind ziemlich schlecht gelaufen. Woraufhin die gesagt haben, nee, den bringen wir gar nicht erst in Amerika raus. Ja. Der Film hat keinen am US-Release gekriegt. Das ist echt schade. Und das ist vor allem krass, wenn man bedenkt, dass Park Chan-Wook damals durch Oldboy so gehypt war. Das ist total krass. Und Park Chan-Wook durfte dann ja auch später in den USA nochmal drehen, wobei er dann auch eher im Indie-Bereich gedreht hat. Also der hatte im Gegensatz zu anderen asiatischen Regisseuren nicht seinen großen Big-Budget-Film in den USA, aber er hat einiges gedreht. Aber krass, dass ein Regisseur, der so gefeiert ist, der als der neue Tarantino gesehen wird, drei Jahre später einen US-Release verwehrt bekommt. Das ist schon hart. Ja, weil er nicht das gemacht hat, was alle von ihm erwartet haben, ne? Also das ist schon auch echt hart. So eine Macht, so eine amerikanische Macht, die dann sagt, nee, also du sollst gefälligst die Geschichten erzählen, von denen wir gesagt haben, dass du das machst. Ja. Also wo wir dich jetzt einsortiert haben in der Schublade, da kommst du nicht raus. Aber International hat er einen Release gekriegt und wurde auch vom Feuilleton den Kritikern gefeiert, ne? Ja. Das stimmt, ja. Den Alfred-Bauer-Preis hat er auf der Berlinale 2007 gewonnen. Ja. Er hatte auch einen starken Start in Südkorea, als er rauskam 2006, ne? Also die erste Woche lief sehr, sehr gut. Aber dann ist er irgendwie doch schnell abgestürzt und gleich wieder rausgeflogen. Also noch vor, er ist im 7. Dezember gestartet und noch vor Weihnachten ist er wieder rausgeflogen. Ja, es war einfach was anderes, als die Leute von ihm erwartet haben. Es wurde nochmal ein cooler Thriller erwartet. Mit Style und mit Gewalt und mit Humor. Und mit diesem schrägen, naiven Märchen konnte niemand was anfangen. Ich glaube aber, wir sind uns ziemlich einig, dass wir was damit anfangen können, ne? Absolut, absolut. Gib mal dein Fazit einfach. Toller Film. Das war's. Wunderschöner Liebesfilm, der richtig gut darin ist, so verschiedene Realitäten aufzumachen und ohne Wertung diese Realitäten miteinander zu vereinen und kollidieren zu lassen und dadurch so ein gesamtes verrücktes Universum zu erschaffen, das unglaublich menschlich und sympathisch ist. Ich gebe auf diesen Film eine lebenslange Garantie. Ich würde euch jetzt eigentlich eine Visitenkarte übergeben. Ihr könnt mich jederzeit anrufen, wenn ihr Probleme mit diesem Film habt. Sehr schön. Ganz wichtig. Also absolute Sehempfehlung. Mit jeder Faser dieses Films bin ich einverstanden irgendwie. Und das passiert selten. Und das in seiner Absurdität und so. Also lohnt sich. Absolut. Und was es nächste Woche gibt, das hört ihr nach unserem Jingle. Bleibt noch kurz dran. Dann wird mir Plor erzählen, dass er von mir Time Bandits will. Werde ich machen. Vielen Dank, Johannes, dass du mir diesen Film gegeben hast. Ja, gerne, gerne. Euch danke fürs Zuhören und wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an, wenn ihr Lust auf ein bisschen bizarre Romantik habt. Ansonsten vielen Dank dir, Plor. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. So, Plor, jetzt wo wir unter uns sind, weil wir ja schon gesagt haben, was wir machen. Du kennst Time Bandits auch schon, ne? Ich habe Time Bandits aber als Kind gesehen und ich war maximal verwirrt zwischendurch. Also es ist schon so, dass ich vielleicht als Erwachsener noch ein paar Ausschnitte gesehen habe, aber ich glaube als einziges Mal, dass ich ihn komplett gesehen habe, ist als Kind gewesen. Es ist ein bisschen egoistisch, der ich den dir aufgebe. Ich will nämlich wissen, ob ich den meinem Kind zeigen kann, der schon was für mein Kind ist. Okay. Ich bin sehr gespannt drauf, weil ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich würde ihn aber so einsortieren, dass ich sage, ich glaube, es ist mein liebster Terry-Gilliam-Film. Oh, okay. Aber es ist wie gesagt schon sehr lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Vielleicht hat sich das dann auch wieder geändert. Der muss erst mal über Brasil hinaus kommen. Das ist schwer. Das stimmt allerdings, aber wir werden sehen. Okay. Also Time Bandits aus dem Jahr 1981 gibt es nächste Woche. Schaut ihn euch an, dann könnt ihr mitreden. Könnt ihr nicht, aber trotzdem schaut ihn euch an. Bis dahin. Ciao. Ciao.